Mit dem Lackreparatur-Set von Coolormatic haben Sie die richtige Wahl getroffen. Steinschläge und tiefe Kratzer auf Lackoberflächen lassen sich mit wenigen Handgriffen sichtbar minimieren, für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Für die Reparatur benötigen Sie zusätzlich den zu Ihrem Fahrzeug passenden Lackstift. Diesen finden Sie am besten über die Farbton-Suche im Servicebereich unserer Internetseite. Nach Eingabe der Fahrzeugdaten erhalten Sie die entsprechenden Produktnummern. Die Adresse des nächstgelegenen Händlers erhalten Sie bequem über die Eingabe Ihrer Postleitzahl. Alternativ finden Sie auch mit der kostenlosen Motivdupli-App auf Ihrem iPhone den richtigen Farbton. Aber bevor es losgeht, gründlich waschen und abtrocknen. Wachs- und Polierrückstände beseitigen Sie bei Bedarf am besten mit einem Silikonentferner. Während der Arbeit empfehlen wir die im Set enthaltenen Handschuhe anzuziehen. Lackstift schütteln und wenige Tropfen auf die beiliegende Gummirakel auftragen. Ziehen Sie die Rakel so über die beschädigte Fläche, dass die Farbe in der Vertiefung bleibt und sich an der unbeschädigten Oberfläche nur ein hauchdünner Lackfilm befindet. Der Lack muss nun 5 bis 10 Minuten trocknen. Anschließend umwickeln Sie die Gummirakel straff mit dem beiliegenden Poliertuch. Aber Achtung! Für ein optimales Ergebnis nur einmal umwickeln. Benetzen Sie das Poliertuch mit dem Lackreparaturfluid, so dass es feucht, aber nicht nass ist. Reiben Sie mit leichter Kraft nur so lange über die Reparaturzone, bis der überschüssige Lackfilm entfernt ist. Reste des Lackreparaturfluids entfernen Sie einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch. Falls danach noch leichte Schlieren sichtbar sein sollten, können Sie diese mit einer Politur entfernen. Auch tiefe Kratzer lassen sich mit dem Lackreparatur-Set deutlich reduzieren. Wenden Sie dieselben Schritte wie zuvor an. Weitere Informationen und Produkte finden Sie auf unserer Internetseite www.motibdupli.de www.motibdupli.de